Wissenschaft und Spiritualität passen aus meiner Sicht sehr gut zueinander. Denn sowohl in der Wissenschaft als auch in der Spiritualität geht es darum, Erfahrungen zu gewinnen. Dazu werden Methoden angewandt, sehr systematisch. Das ist nicht nur in der Wissenschaft so, sondern auch in den spirituellen Traditionen. In unserer modernen westlichen Welt werden wir sehr viel von Reizen betroffen, die aus allen möglichen Kanälen auf uns zuströmen. Und deswegen ist ein großes Bedürfnis nach Ruhe da, nach Besinnung und nach Entspannung.